Am besten gefällt mir beim Crossfit die Vielseitigkeit, dass ich die Ausdauer und Kraftausdauer und Krafttrainiere und Beweglichkeit. Mein Name ist Detlef Giese, bin 59 Jahre alt geworden dieses Jahr und ich mache im September zwei Jahre Crossfit. Vorher habe ich Triathlon gemacht, also Ausdauersport mit Schwimmen, Radfahren und Laufen und wollte Crossfit nebenbei machen. Mittlerweile hat sich das umgekehrt, dass ich das als Hauptsportart Crossfit mache und nebenbei ein bisschen Rad fahren. Triathlon sind zwar drei Sportarten, trotzdem ist es was anderes, da bleibt so die Beweglichkeit und die Kraftausdauer und das hohe intensive Training so ein bisschen auf der Strecke. Beim Crossfit Elmshorn gefällt mir besonders, dass sich gut angeleitet werden durch die Trainer, dass dort auch auf Kleinigkeiten geachtet wird, dass die Übungen korrekt ausgeführt werden. Das ist ein unheimlicher Spaß und eine gute Gemeinschaft. Also für mich ein spezielles Ziel, dass ich möglichst lange schmerzfrei, gesund und beweglich bleibe. Und so als fokussiertes Ziel möchte ich gerne mal einen Pistol schaffen.